Ja, moin moin Leute! Erstmal echt, ich bin geschockt, ihr habt mich umgehauen. Ich habe keine Ahnung, was euch dazu bewogen hat. Ich danke euch erstmal für die ganzen geilen Abos. Ihr seid mega cool, mega geil Leute. Dankeschön, dankeschön. Abonniert weiter fleißig, liked. Also ich mache jetzt deswegen auch ein Gewinnspiel für euch, damit ihr direkt mit einspringen könnt. Und zwar verlose ich 15 mal die Totengräber, Stufe 82. Ihr seht hier die Stats von der. Die sind nicht alle so, die sind auch von unterschiedlichen Leuten. Das ist jetzt ein Energietotengräber. Hier habe ich auch noch eine Feuertotengräber und nochmal Energie. Also 15 mal gibt es auf jeden Fall die Totengräber gleich zu gewinnen. Ihr müsst dafür einfach nur ein Hashtag Totengräber schreiben und dann gehört die vielleicht schon euch. Da ich jetzt so viele Abonnenten habe, ist eure Chance natürlich leider ein bisschen geringer. Aber ich verlose die 15 Stück und ich werde mir immer weiter andere Gewinnspiele ausdenken, wo ihr was gewinnen könnt, wo ihr was bekommt. Und ich danke euch recht herzlich und ich wünsche euch viel Erfolg und bis demnächst. Bye, bye.